Wie geil! Okay, der Effekt war aber schön. Brauchen wir die Energie halt jetzt nicht. Ähm, haben zwar vorhin alle Energie gehabt, aber... Ja, was soll man machen, ne? So, hier ist ein Leben. Wofür man auch mal gerne Schaden nimmt, weil... Seien wir mal ganz ehrlich, wer nimmt für ein Leben keinen Schaden ruhig? Okay, da kommen wir nicht rüber. Oh, komm, das ist unfair, wenn die direkt auf dem Boden sind. Ja, komm. Lasst mich bloß in Ruhe. Ich will eigentlich darunter, um die Energie zu haben, aber... Irgendwie habe ich eher Schiss, dass ich mir Schaden selber dazu füge. Und von daher... Was war hier nochmal? I think my new... Ähm, ach genau. Der neue Trick... Da war irgendwas. Genau! Porten. Porten wie die Meister. Nein, das wollte ich gar nicht. Oh, oder doch, wollte ich das? So, hier ist Energie gewesen. Also wollte ich das, ganz klar. So, Cookies, Kekse. Und was heißt das? Eine neue Welt erwartet uns. Ähm, eine verrückte Welt. Aber sie gefällt mir. Sie ist voller Süßigkeiten und so. So. Ein gefährliches... Ein gefährlicher Schokokrieger. Ähm, hu. Sieht alles schon ziemlich verrückt aus, aber ziemlich lecker sieht das auch alles aus. Also ich würde reinbeißen. Kann man da gehen? Ja. Oh, die fallen runter. Okay. Daran ahnt ja niemand. Ähm, oh, man könnte drauf kommen, aber... Nicht so wirklich. So, stürzt wieder ab. Ja. Das ist so geil. Huh. Aber die fallen auch ziemlich spät runter. Also von daher. So, hier auch nur eine Karte. Oh nein. Oh, der Weckerkrieger. Ah, die Musik kommt mir irgendwie bekannt vor. Ähm, woher genau weiß ich hier aber nicht momentan. Ich weiß nur, dass sie irgendwo bekannt vorkommt. Ähm, als ob ich die schon mal gehört habe. Und da kriege ich wirklich Hunger auf Süßes. Ich meine, diese flauschigen Bälle hier zum Beispiel alle, ähm, sind auch ziemlich lecker. Oder sehen ziemlich lecker aus. Natürlich. Ähm, aber weiterkommen ist gerade hier eher ein Problem. Weil ich nicht wirklich weiterkomme. Ah, okay, kommt man rüber. Gut zu wissen. Aber hier ist auch nur ein Bombo und da oben ist ein Leben. So, das Leben holen wir uns natürlich. Aber wenn die Chance schon da ist, ne, und wir hätten es fast natürlich übersehen. Das ist das ja. Wir hätten fast das Leben einfach mal da liegen lassen. Okay, vorsichtig sein, dass wir jetzt da nicht unbedingt auf die Mitte stoßen. So, darüber. So, okay. Was ist das? Ein Mistelzweig. Ich denke mal, der ist böse. Und auch dieser, ähm, Waffelmann wird ziemlich böse sein. Oh, so war, man kann doch nichts Süßes als Böses verkleiden. Das, das gehört sich einfach nicht. Der böse Waffelmann. Ich meine, wer macht sowas? So, das ist böse, das weiß ich. Ja, und da ist wieder so ein Waffelmann. Und das ist wieder der Schokomann. Oh, hier sind so viele Männer. Das ist richtig, ähm, kriminell. Was war das? Ach, genau, das war die Unverwundbarkeitskarte. So. Könnt mich mal. Wee! Das war mir neu. Ähm, ja. Ja? Fragezeichen? Ich weiß nicht mehr. Wir nehmen gerade mal 25 Minuten auf. Und von daher, äh, ja. Wir sind voll cool, ja. Wir sind mit... Ach so. Ähm, ich glaube, die dürfen die Bälle nicht berühren, ne? Ich weiß es gerade selber nicht. Ah! So. Volle Energie. Und ich möchte eigentlich am liebsten so einen Stern berühren. Oh nein! Unser Korken ist kaputt. Hehehe. Ja, ein bisschen verrückt auch so weit in die Luft zu fliegen. Ähm. Aber, wer kommt auf so eine Idee? Das frage ich mich eher. So. Wo sind wir jetzt? Okay, wir sind wieder weiterhin hier. Ähm. Ich hoffe, wir sind ein großes Stück vorangekommen. Aber, andererseits... Hier ist wieder das ganze Süße, Böse am rumfliegen. Und von daher... Nein! Oh, der wirft sogar mehr. So. Lol. Ja, das sieht auch ziemlich interessant aus. Ach so, hier ist Wand. Okay. Ja, aber was soll man denn ahnen, dass so eine Zuckerwand Wand ist, Wirklichkeit? Ist ja alles hier so ein bisschen seltsam, sag ich mal. Ich meine, da wo Mickey drauf geht, das will ich alles nicht mehr essen. Kann mir jetzt ein Boss? Genau, die Hexe. So. Ja. Die Hexe hat aber auch nicht viel KP. Aber die kann schon nerven. So. Die Hexe ist besiegt. Die Hexe sieht man ja auch schon mal in einer Geschichte, ähm, Kindergeschichte. Ähm, und wird auch schon oft erwähnt. So, und... Was erwartet uns hier? Ähm... Und in dieser war wieder ein magisches Formular mit Alakazam und so. Ja, und ein neuer Trick. So. Oh nein! So. Willkommen in der neuen Welt. Und zwar... Der Spielkartenwelt, wo er gesagt, dem Wunderland... Ähm... Genau, das war nämlich mit dem neuen Trick. Hallo, das war ganz klar getötet. Der neue Trick war, ähm, wir konnten Kartenzaubertricks jetzt. Ähm, und die sahen dann etwa so aus. So. Wie war es mit dem hier? Genau, die konnten wir auch töten. So. Alles gut. Alles gut. Hier gab es auch, glaube ich, ein Rätsel. Ich weiß gar nicht mehr. So, das ist aber wirklich alles, alles im Wunderland. Wenn ihr auch die Figürchen anguckt, dann könnt ihr das genau erkennen. So. Hier gab es, glaube ich, einen Leben-Bonus, wenn man hier so alle Glöcken klingeln lässt. Ähm, das Schwere war daran, weil... Ähm... Damit man wieder drauf gehen kann, wirklich. Nö. Okay, es gab keinen Bonus. So, aber hier können wir wieder zaubern und machen uns einen neuen Kartenturm. Ähm... Ein ganzes Projekt eigentlich nur am Ende, weil mein Herz kaputt ist. So. Das fanden wir damals... Äh, ich fand das damals als Kind ziemlich geil, wie diese Karten sich immer bewegt haben. Wow, das war knapp. So. Acht Leben. Also, ich krieg mal auch nicht so Overleben, ne? Das ist das ja. Als kleines Kind fand ich damals diese Welt eigentlich ziemlich schön, weil hier die ganzen Kartentricks waren einfach unglaublich für mich. So. Ein weiterer Sprung, der möglich ist, auch wenn er knapp aussieht. Und ich glaub, genau, press me. Da war irgendwas. Ähm, irgendwas war da. Ähm... Äh, was? Sind wir wirklich so weit zurückgekommen? Ähm, da war irgendwas. Irgendwie... Einige bestimmten Würfel musste man drücken. Aber es sieht... Ach, ne, okay. So. Okay, ich kann mich nicht mehr erinnern an dem Rätsel, aber... Hey, hier kriegen wir ein neues Leben wieder, ne? Und warum meckere ich also? Weil ich es nicht kriege. Warum kriege ich es nicht? Ich will mein Leben. Da gibt es jetzt keine Ausrede bei. So. So, und die Musik ist ein bisschen, ähm... Ja, verrückt. So. Okay, hier ist noch ein Zaubertrick. Ja, wir sind halt einfach nur ein bisschen zurückgefallen. Ähm... Ich weiß nicht, wieso. Ähm, ich sehe auch die ganze Zeit, hier sind nur Zweierkarten rum am Laufen. Ähm... Impress me. Ähm... Oh. Oh, no, 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 no. Ähm... Ich will hier nicht runterfallen. Nein! Okay. Ähm, das waren wir zwei, ne? Ich hab ne Ahnung. Ah, genau. Ah, genau.